Hey Leute und herzlich Willkommen bei einem neuen How-To. Ich möchte euch heute ein paar Tricks zeigen, die ihr anwenden könnt, wenn ihr mal einen Pickel oder Akne-Notfall habt. Besonders kurz vor Dates kennt ihr das vielleicht, da wacht man zwei, drei Tage vorher auf und hat einen dicken Pickel auf der Stirn oder ihr habt einen Vortrag in der Schule und bekommt einen Akne-Pickel am Kinn. Dafür möchte ich euch heute drei Methoden für unterschiedliche Situationen zeigen, denn manchmal hat man ja noch ein paar Tage vor dem Event Zeit, um sich darum zu kümmern, aber manchmal passiert das ja leider direkt am Tag des Dates. Also, los geht's. Bevor wir aber zu den einzelnen Szenarien kommen, muss ich das ja nochmal wiederholen. Am wichtigsten ist wirklich die tägliche Gesichtsreinigung. Wir sagen das so oft hier, aber wir können es nicht oft genug sagen. Gerade mit unreiner Haut ist das total wichtig, um die Haut von Make-Up-Resten oder Schadstoffen aus der Luft zu befreien. Denn wenn das alles auf der Haut bleibt, können die Poren verstopfen und das wiederum kann zu Pickeln führen. Und das wollen wir ja verhindern. In der Infobox findet ihr auch nochmal ein Video-Verlink, das euch zeigt, was passieren kann, wenn ihr euch nicht abschminkt. Für den Anfang probiert doch mal ein Kombi-Produkt, das euer Gesicht gründlich reinigt und schon klärt. Wie zum Beispiel das BB Waschgel und Gesichtswasser. Damit spart ihr euch dann auch schon einen Schritt und ihr könnt theoretisch direkt weitermachen mit der Gesichtspflege. Aber was, wenn da nun dieser Pickel ist? Wenn ihr vor dem Date oder dem Event noch ein paar Tage Zeit habt, dann könnt ihr vor der Gesichtspflege zusätzlich noch den Anti-Akne-Lichttherapie-Stick von Neutrogena nutzen. Mit ihm könnt ihr einzelne Pickel schnell reduzieren. Der Stick ist für leichte bis mittelschwere Akne gedacht. Und wenn ihr euch jetzt unsicher seid, ob ihr Akne habt, dann besprecht das am besten mit einem Hautarzt. Das Besondere an dem Stick ist, dass er Pickel mit rotem und mit blauem Licht bekämpft. Das blaue Licht sorgt dafür, dass die Bakterien auf der Haut, die die Akne begünstigen, bekämpft werden. Das rote Licht reduziert die Entzündungen, die bei Akne ja auch vermehrt auftreten. Das ganze dauert nur zwei Minuten und ist total unkompliziert. Nachdem ihr also euer Gesicht gereinigt habt, nehmt ihr den Stick und haltet ihn an euren Pickel. Dann schaltet ihr ihn am Knopf an. Ein kleines Piepen ertönt. Da ich jetzt keine Akne habe, kann ich den Stick zwar nicht auf meiner Haut anwenden, aber für die Behandlung würde man jetzt die gesamte Zeit den Stick auf den Pickel halten. Das Licht ist für zwei Minuten an und wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät von selbst ab. Dann piept es erneut, diesmal aber zweimal. So wisst ihr, dass die Behandlung abgeschlossen ist, auch wenn ihr nicht sehen könnt, ob das Licht an oder ausgeschaltet ist. Die Anwendung wiederholt ihr dreimal am Tag an jedem Pickel, den ihr habt, bis sie zurückgehen. Wenn ihr nur einen habt, dann seid ihr da natürlich schnell durch, aber wenn ihr jetzt an mehreren Stellen einzelne Pickel habt, dann könnt ihr euch ja währenddessen YouTube-Videos oder Serien anschauen. Aber was ist, wenn genau heute Abend das Date oder das Event ansteht? Dann könnt ihr mal das Anti-Pickel SOS-Soforthilfe-Gel von BB ausprobieren. Das ist diese hübsche Tube hier, denn dieses Gel reduziert Pickel in nur vier Stunden und es reduziert zugleich auch noch Rötungen, denn die können ja schon super nervig sein. Aber was ist, wenn ihr euch gerade für das Date fertig macht? Also erstmal, macht euch keinen Beauty-Stress. Es ist nur ein kleiner Pickel und wenn er oder sie cool ist, dann mag er euch auch mit dem kleinen Pickel. Aber wenn es euch besonders stört, dann könnt ihr auch ein bisschen Concealer auftragen. Wichtig hierbei ist wirklich nur, dass ihr den Pickel nicht ausdrückt. Ich weiß, es ist ziemlich verlockend in dem Moment, aber das macht das Ganze nur noch schlimmer, glaubt's mir. Es können Bakterien eindringen und noch mehr Pickel entstehen. Und wenn ihr das zu häufig macht, dann kann es sogar Narben geben. Ich hoffe, euch haben diese unterschiedlichen Notfallroutinen geholfen und ihr seid für den nächsten Pickel gewappnet. Vergesst auf gar keinen Fall, diesen Kanal für weitere Videos zu abonnieren und aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!